Das großartigste Superhelden-Team, das die Welt je gesehen hat. Die Seven. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ich komme direkt auf den Punkt. Ich habe gehört, was Robin passiert ist. Du bist kein Einzelfall. Hunderte sterben jährlich als Kollateralschäden durch Supes. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Robin! Und da kommen wir ins Spiel. Um den Wichsern den Arsch zu versohlen, wenn sie durchdrehen. Oh mein Gott! Bring sie unter Kontrolle, bitte. Zieht ihr mal den Stock aus dem Arsch. Wieso führt ihr zwei euch noch immer auf wie die letzten Vollidioten? Warum fuckst du das? Wir haben hier einen scheiß Job zu erledigen. Ich bin unbesiegbar! Ihr flache Wichser! Ich bin der größte Superheld der Welt. Und ich kann tun und lassen, worauf ich Bock habe. Wir stehen kurz davor, die Arschlöcher zu erledigen. Ich bin raus! Hey! Was macht Sporty Spice gerade? Wer? Sporty fucking Spice. Was verflucht macht die gerade? Ich habe keine Ahnung. Und Baby, die schafft es nicht mal auf Seite 6 der Daily Mail. Ihr seht, wenn sie es allein versuchen, dann bringen sie es nicht. Aber wenn man sie zusammenbringt, dann sind sie die verfluchten Spice Girls. Es ist doch so, wir brauchen einander. Keiner von uns kriegt allein irgendwas gebacken. Er kann keine Motivationsreden halten. Aber so gar nicht. Ich kann das nicht drücken. Einfach den verflickten Abend. Zukunfts war jetzt! Es tut mir leid! Wir sind die Seven. Die mächtigsten der Welt, motherfucker! Bitte, bitte, bitte! Nein, bitte! Aber der Rest der Bande... Sorry, aber scheiß auf die Flachwechser. If you wanna be my lover Ich bin der Rest der Bande...